Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist der liebe, alles klar, der liebe, ist mit dabei, Leute. Junge, wie warm ist es gerade bei dir? Skala 1 bis 10, mach mal ready. Tausend Milliarden, Alter. Was machen wir da heute? Hab gar keinen Bock, Digga. Dicker, dicker, hör mir mal zu. Pass mal auf, mach dich jetzt erstmal ready, Junge. Was willst du denn jetzt schon wieder? Dann gehen wir zusammen hin, Digga, und bauen eine richtig heftige Kartstrecke und machen ein kleines Rennen, Digga. Wir fahren ein kleines Rennen, oder was? Wir fahren ein kleines Rennen, durchtiltet, würde ich sagen, doppelspurig. Boah, ich weiß es gar nicht. Ich würde sagen, der Gewinner, okay, wir machen eine kleine Wette, ja? Ja, okay, wir machen eine kleine Wette. Der Gewinner, also hast du auf der Gamescom so einen Bühnenauftritt? Äh, nee, ich bin Opfer. Hast du nicht? Nee. Okay. Mich will keiner haben auf der Bühne, Digga. Egal, Digga. Das organisieren wir dann irgendwie einfach so. Der Gewinner muss auf der Gamescom von einer großen Menschenmenge zugeben, dass der andere der Beste ist. Okay, Digga. Ey, sag dir vorher, schneide ich meine Zunge raus. Wo haben wir denn hier Karts in der Nähe, Digga? Wo sind denn welche? Ey, hast du eigentlich die Schwarzen Ritter? Äh, nein. Oh mein Gott, du bist so ein kleiner richtiger OG. Hör mir auf, Digga. Ja, ey, Lazy Link. Machen wir eine kleine Tour, oder? Warum machen wir überhaupt die Kartbahn in Tilted Towers? Ja, weil es halt geiler ist, Alter. Weil da mehr Platz ist, oder? Ja, okay. Wir brauchen Bounce-Pads und so auch, ne? Ja, ja, richtig. Wir brauchen Bounce-Pads, bro. Oh, s***. Wir machen jetzt erstmal... Hier ist Lama. Oh mein Gott, hier ist ein Lama. Alter, Bruder, hol dir das schnell. Lama ist so selten, Bruder. Ins Spiel, wieso keiner findet ein Lama. Maschallah, dieser Bau, Bruder. Sixpack ist da. Oh mein Gott, schau, schau, schau. Alter, Bruder, wie viel da drin ist. Bei dir läuft es richtig, ne? Oh mein Gott, der ist viel schneller wie deiner. Ey, ausgewählt! Du bist richtiger Säufer, ich seh das schon, Alter. Ist das Driften bei Playstachen einfach oder nicht? Das ist einfach, ja. Ja, bei PC nämlich nicht so. Hast du Bestand gesehen? Ne, aber das Ding ist, bei PC, guck mal, warte mal, kann man Lamas auch PC kaputt fahren? Auch generell kaputt fahren? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich fahr die Mahnen. Ja, moin. Geht einfach, Junge. Ich hab's einfach umgefahren, Digga, es ist tot. Ey, guck mal, wusste ich, dass man hier durchdriften kann? Pass mal auf, guck mal hier. Du kannst ja voll durchdriften. Du bist übertrieben schnell. Krass, wa? Junge, ich fahr so langsam wie so ein Opa. Ja, ja, du musst die ganze Zeit Vollgas geben. Guck mich an, ich bin richtiger Opi, Alter. Ach ja, ach ja. Alter, sehr sau selten, wirklich. Also das in Lama hat auch Bouncepad, oder? Ja, ich hab Bouncepads schon mal. Okay, warte, ich fahr das Lama hier nochmal um. Oh Gott, hier ist eine richtige Lama-Familie. Hilfe, ey, die greifen mich an! Alter, vorsichtig, sag dir richtig vor, die Lama sind so gefährlich. Ich bin so langsam. Fahr nicht so oft an, weil jetzt macht das Auto kaputt. Ach so, ja, ja, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, das stimmt. Ich brauch eh noch ein bisschen, weißt du? Oh mein Gott, ich hätte eine Idee, was wir machen könnten. Wir könnten so eine Mario-Kart-Strecke bauen, wo Fallen noch sind. Alter, da müssen wir ein bisschen überlegen, dass die Fallen noch bei uns auslösen, weißt du, was ich meine? Da müssen wir eigentlich Team 3 gehen und dann wieder Team 1 zusammen. Kann man denn Team wechseln? Ja, man kann wechseln, man kann wechseln. Ja, ja, ist easy jetzt in meinen... Jungen, diese Karts machen einfach so unendlich Bock, oder? Ich hab zwölf Stück, ja, die mach ich runter. So, ich bin jetzt gleich in Tilted, Brudi. Naja, ich brauch ein Tilted. Das Ding ist halt, wenn das Driften ja bei dir einfacher ist, dann hast du ja schon wieder einen kleinen Vorteil, ne? Du kleiner Sneaker. Wieso so einfach ist das Driften auch nicht bei mir? Also, ich muss halt richtig krank Leertaste drücken, ne? Das ist halt richtig, sich zur Seite lehnt, das Kart. Also wirklich, es kommt krank vom Kurs ab. Ja, ich muss auch Tasten drücken. Ach so, aber nicht Leertaste. Und jeder weiß, Leertaste ist schwerste Taste. Das sollte man wissen, oder, Philipp? Ah, du bist einfach dumm. Oh, das würde ich jetzt noch nicht sagen. Fahr am besten auf mich drauf, alles gut. Ah! Au! Au! Ja, wie soll ich denn da hochkommen? So, hier geht's los. Du musst hier eine Rampe hochbauen. Ja, ja, passt. Genau, hier geht's dann erstmal schön runter. Aber wir müssen so einen Rundkurs bauen, oder was? Ja, genau, genau, genau. Ich mach hier noch so Wände, so Kart-Wände, ja? Mhm. Du kannst ruhig diese halben Wände nehmen, weißt du, was ich meine? Meinst du diese ganz Tiefen oder die halben? Lieber die halben, oder? Meinst du nicht die ganz Tiefen? Nee, die ganz Tiefen, da könnten wir vielleicht runterfallen. Ja, was war denn das gerade? Ah, ich hör nichts. Digga, du verarschst mich, das bist du, ne? Nein, ich hör nichts. Ich hör wirklich nichts, Digga. Ich hör nichts, ich hör nichts Außergewöhnliches. Ich hör eine Kiste hier bei mir und das war's. Philipp, hast du getrunken? Was, du verarschst mich gerade, Jana? Philipp, hast du ein Akkordproblem? Philipp, ich schwöre dir, ich höre nichts Außergewöhnliches, Alter. Bin ehrlich, Junge. Nein, Junge, Rearrap, ich höre nichts. Du verarschst mich gerade einfach. Halt mal dein Maul. Nee, du machst die Dings gar nicht richtig, die Wände. Junge, ich weiß doch nicht, wie das aussehen soll, was in deinem Kopf vorgeht, Junge. Ah, Digga, bei dir geht anscheinend nur Singen und Klatschen voraus. Warum auch so eine Brücke, wo ich rüberspringen kann? Ja, ich bin hier jetzt schon dabei, Digga. Digga, du brauchst echt den übelsten Müll. Warum? Weil ich alles verbessern muss. Was musst du verbessern? Alles. Ah, Junge, jetzt hör mal auf, das hier so durchzustylen, Digga. Das ist nicht irgendein Rennen, wo Dena gewinnen soll, Alter. Komm mal runter auf deinem Film hier, mein Freund. Sieht voll geil aus, oder? Okay, wir machen kurz Melodien ran. Welche Melodie ist das? Alle meine Ente für Männer auf dem See. Das war das Standardskill-Intro. Ja, Leute, wir haben ein Standardskill, willkommen zu einem neuen Video. Das sieht doch geil aus hier. Lass mal fahren jetzt. Komm, auf geht's. Okay, I'm ready. Ich glaube, das Race kann gleich losgehen, Alter. Ich fühle mich gerade ein bisschen... Oh, das ist mein Kater. Das ist Julian eigenes. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Dena, weißt du? Wieso? Ja, weil der auch immer Rennen macht. Ach so, dann will der auch immer Rennen, stimmt. Ja, ja. Ich bin Dena, Dien, Unfall. Ich bin Dena, Unfall. Ist ja einfach genau eine Zusammenfassung von seiner Rennkarriere. Oh, Junge. Er wird mich wieder hassen, wenn er das sieht hier, das Video auch egal. Guckt er hier nicht. Okay, hier ist hier ein Start, hier ein Start. Hey, ich denke, hier unten ist ein Start, Dummi. Hier oben, komm. So, ja, warte, warte, dann müssen wir hier aber noch was hinbauen. Warte, warte, warte. Ach, hier, Junge, du Autist, Alter. Ganz wichtig, oder? Ganz wichtig muss das sein. Okay. Ist das dein Ernst? Bist du dumm? Warum hast du das gemacht? Digga, ich bin auf dieses Dach, auf dieses Video. Hä? Bist du dumm oder so? Ja, ich weiß, aber kriegt man davon keinen... Also, ich dachte, davon kriegt man keinen Fallschaden. Doch, da kriegst du Fallschaden. Ja, schade, Alter. Ey, das war... Ha, 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 dein Kart, Digga. Nein. Okay. Ah, nein. Hä, es fährt nur noch rückwärts. Mein Kart hat eine Fehlfunktion. Okay, bist du ready? I'm ready. Drei, zwei, eins, go. Ja, Frühstart von ihm einfach an der Stelle. Das war gar kein Frühstart. Ey. Ah. Ah, hier habe ich mich überschlagen. Ich weiß nicht mehr, wo lang. Andere Richtung. Nein. Nein. Ey, ey, ey. Ja. Nein, Falle. Oh Gott, hier ist schwierig. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott, ich habe so Fallschaden bekommen. Digga, dieses Bounce-Band. Dieses Vollschaden. Nein. Ich liege auf dem Kopf. Ja. Ja. ADAC. Okay, warte, warte, ich komme. Bist du schon weit? Ach, du Scheiße, du bist schon voll weit. Ach, kann ich nur auf den Fahrfehler hoffen. Oh mein Gott, mein Kart ist kaputt. Mein Kart ist kaputt, Digga. Mein Kart ist... Oh ja, wenn der Kart kaputt ist, habe ich automatisch gewonnen. Nein, nein, nein. Dann zieht der weiter hoch. Ah, da bist du ja. Ah, ich habe natürlich gewartet. Ja, 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 Digga. Ja, natürlich habe ich auf dich gewartet, Junge. Ich bin Ehrenmann. Oh mein Gott, nein. Ja, Digga, Kart geht kaputt hier, ne? Ey, diese Strecke macht gar keinen Sinn. Ja, nein, ja. Ich bin... Oh mein Gott. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Nein. Das ist eine Falle gewesen. Ich bin weiter. Das war eine Falle. Da muss... Ja, ich bin hinter dir. Nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe angesehen, das ist so schnell. Nein. Okay, ich bin außerhalb der Strecke. Was mache ich jetzt? Ja, du hast verloren. Hey, halt's Maul. Nee, Digga. Nein, 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 nein. So haben wir nicht gewettet. So haben wir nicht gewettet. Ich bin hinter mich. Junge. Ich bin hinter dem Ziel. Ich bin hinter dem Ziel. Ja, Digga. Okay, okay, okay. Ich bin wieder auf die Strecke. Dann gib mir Winston eine realistische Chance, Alter. Warte irgendwo. Ja, okay. Ich habe ja auch auf dich gewartet, Digga. Na, Junge, mein Kart ist komplett broken. Ey, ich muss hier oben unbedingt dieses Jumphead wegmachen, Junge. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Mein Kart ist down. Mein Kart ist down. Ich habe 73 Leben mit meinem Kart, Digga. Ich komme nicht mehr auf die Strecke, wa? Ich komme nicht mehr auf die Strecke. Mein Kart ist komplett im Sack, Alter. Bauch dich hoch, bauch dich hoch, bauch dich hoch. Warte, ich komme zum Anfang wieder. Digga, wo bist du denn? Ja, guck dir an, wie mein Kart aussieht, Alter. Ja, weil du zu dumm bist zum Fahren. Halt's Maul. Mein Kart war vorher schon komplett kaputt, weil ich 10.000 Lamas umgefahren habe. Ich Affe. Boah, wenn dein Auto aussieht. Nein, hör auf. Lass es stehen. Okay, erste Runde geht an dich. Muss ich neidlos zugestehen, Digga. 1-0. Obwohl es so aussichtslos sah. Weißt du, was ich meine? Nee, ich hab dich einfach ausgetanzt. Das war, guck mal, das war mir klar gewesen. Ich wollte dich ja zuerst da durchfahren lassen, dass ich denn die Chance ergreifen kann und dich überholen kann. Laber, 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 Juni. Ja, sorry, aber ich denke halt ein bisschen mehr weiter wie du. Guck mal, du denkst einfach nur einen Schritt geradeaus. Ich denke schon 10 Schritte voraus. Standard Skill. Lieber Philipp, ja? Was? Das ist sowas von nicht zutreffen, mein Freund, was du gerade gesagt hast. Du sehen Sieg aus, Tau. Ja, ja, ja. Ja. Tau. Boah, ich muss kotzen, Alter, wenn du singst. Das klingt zu schrecklich, Alter. Okay, wer zuerst ein Tilt-Tower ist. Ist das extra Runde? Du kannst jetzt das Unentschieden wiederholen. Oh, Junge, ist ja unmöglich, weil du die ganze Zeit driftest schon. Ich fahr kranken Umweg, Alter. Wir haben gesagt, ohne Driften, oder? Haben wir gesagt. Warum ohne Driften? Das macht ja keinen Sinn. Ohne Driften, haben wir gesagt. Hä? Ohne Driften, haben wir gesagt. Das ist doch der Sinn, der Cards zu driften. Ohne Driften, haben wir gesagt, Alter. Ich bin im Baum hängen geblieben, das zählt nicht. Nein, ich hole mich nicht hoch. Selber schuld, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Ich mach meinen Cards einfach kaputt, oder? Nein, lass doch stehen, sieht doch cool aus. Ja, warte, ich bringe das kurz in die Box in die Gasse. Ganz behutsam, Digga, ganz behutsam, ne? Bist du oben? Guck mal. Ey, oh, mein Cards geht kaputt. Drei, zwei, eins, go. Okay, okay. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, bin ich schnell. Oh mein Gott, wie ich dich abziehe. Oh, Falle. Ey, Alter. Ja, Digga. Das war gerade 31er-Aktion, mich zu rammen. Stimmst du Jumped hier überhaupt, Digga? Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Oh, das war knapp. Oh, Junge, 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 Junge. Ich stehe direkt hinter dir. Das hast du geplaced, das schein Jumped hier. Achtung, Long Jump. Der Jump ist am krassesten. Oh mein Gott. Nein, ich habe mich getroffen. Ey, du schummelt. Alter, du schummelt. Alter, ich bin der Erste. Nein. Nein. Nein, Mann. Nein. Abgase. Boah, Junge, du hast einfach einen Movement in diesem Cards, Junge. Du bist krank gut, Alter. Ey, ich bin ein richtiger Kerber. Du fährst das richtig heftig, Junge. Okay, Philipp, ich bin so hinterher. Ich komme nicht mehr ran. Ich komme nicht mehr ran. Oh, doch, doch. Ich habe einen Unfall gebaut. Scheiße. Ah, ey. Dieser Trick. Ah, mein Cards. Was ist das? Ja. Ey, mach mich schießen. Als ob der Long Jump, der Long Jump. Nein. Ja. Nein. Nein. Ja. Ja. Wenn du das machst, Digga. Oh mein Gott. Gehre, ich bin durchgefahren. Ja. Du bist nicht durchgefahren, Junge. Du bist nicht durchgefahren. Du bist so dumm. Philipp. Ich laber nicht, Digga. Ich habe gewonnen. Wofür haben wir das extra nachhin gebaut, Philipp? Wofür haben wir das extra nachhin gebaut? Du musst dann durchfahren, Junge. Das waren gar nicht. Du musst dann durchfahren. Ohne Spaß. Du bist richtig schlechter Verlierer. Okay. Komm, eine Runde noch. Eine Runde noch, Digga. Ja, ich gebe dir eine Chance. Was für eine Chance, Alter. Was hast du? Wir wollen schon zwei Runden. Digga, du bist nicht durchgefahren. Okay, pass auf, pass auf. Ich gebe dir den Sieg, du Stück Müll, Alter. Ich ziehe es trotzdem ab, wenn ich einen besseren Kartfahrer finde. Drei, zwei, eins. Go. Bla, bla, bla. Mülle inside. Ich nenne mich jetzt nur noch Mülle inside. Du hast die Wand kaputt gemacht. Das bezahlst du, ne? Windschatten, Windschatten. Oh nein, hier bleibt man immer hängen. Nein. Ja, ja, ja. Oh. Hau rein. Das war... Nein. Nein. Hey. Ja, Digga. Auf geht's, auf geht's. Ich bin direkt hinter dir. Ist mir egal, du wirst jetzt eh wieder unfair Umwege fahren. Ja. Boah. Boah. Oh Gott, oh Gott. Nein, ich hab mich gedreht. Ja, 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 ja. Komm zu Papa. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, wo fliehst du denn hin? Digga, ich bin wieder raus. Ich bin wieder raus. Ja. Nein, Junge. Ja, Junge, ich komm nicht mehr auf die Strecke. Ich komm nicht mehr auf die Strecke. Darf ich mich noch hoch bauen? Mach doch. Okay. Aber schaffst du eh nicht mehr. Ich kann nicht mehr weiterfahren. Ich muss das abbauen hier. Komm schon, Papa, komm schon, Papa, komm schon, Papa, komm schon, Papa. Boah, Junge, ich komm mir nicht hoch. Ich komm mir nicht, ich hab eine Treppe gebaut. Eine Treppe mit dem Car zu befahren. Nein! Hä? Was? Hä, die Wand ist einfach... Nein! Komm schon, spring drauf. Ja. Wo bist du denn? Sag ich dir nicht. Du bist ja ganz am Anfang. Egal, es zählt, wer zuerst durchfährt. Du bist echt der schlechteste Fahrradfahrer. Ich weiß, ich bin so kacke in diesem Ding. Ey, Leute, das macht so unendlich Bock. LOL! Hä, seit wann geht das denn? Guck mal. Hä? Philipp, seit wann geht das? Ja, schon immer, glaube ich. Keine Ahnung. Echt jetzt? Keine Ahnung. Ich hab das noch nie gebaut so. Hä, was ist das? Philipp, ich mach dir die Tür auf. Warte, komm rein. Komm rein, Digga. Fahr halt in die andere Seite rein, Junge. Ja! Leute, das war es auf jeden Fall von unserer kleinen Kartenverhältnmeisterschaft. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wer gewonnen hat. Und derjenige, der dann laut euren Kommentaren gewonnen hat, der muss auf jeden Fall... Ey, Philipp, wir lassen die Leute entscheiden, ja? Der muss auf jeden Fall dann auf der Gamescom dieses unangenehme Ding machen. Leute, ich würde sagen, es war ein ganz klares, faires Unentschieden an der Stelle. Unentschieden. So wie jedes Rennen bei mir ausgeht, Unentschieden. Unentschieden. Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dass wir mal vielleicht vier so eine richtig kranke Strecke über Tilde bauen, dann lasst doch nicht mal einen Daumen nach oben da. Leute, schaut auf jeden Fall meinem lieben Stani vorbei. Der Boy hat auf jeden Fall verdient, korrekter Dude. Und ich bin damit raus, meine Freunde. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.